Ja, mit einer Zielscheibe um den Hals. Ne, das ist gut für irgendein Treffen der Anonymen, aber für das Ödland ist es gar nichts. Für das Ödland ist es nichts. Das funktioniert nicht. Ähm, Anacosta, äh, Anacosta, Crossing, Crossing, Metrostation, Dingsbums. Wie heißt das denn? Da hinten übrigens. Da wollten wir hin, genau. Wir wollten ja, wir wollten die, äh, Ding machen. Die, das Technische Museum wollten wir machen. Bin ich jetzt mal gespannt, was das wird. Da können wir nicht irgendwelche Pfeifen hinten stehen, die uns auflauern und uns kalt machen wollen. Hm. Ich hab's doch gewusst. Die stehen meistens da hinten, die Idioten. Wenn, dann würde ich dir das eh nicht sagen, du Arsch. Hallo, 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 hallo. Hallo. Hallo, wer ist da? Ne, ne, das ist keine gute. Ne, das ist, ne, ne, ne. Ne, sich an der Auto hinzustellen und drauf zu warten, dass da einer draufballert, ne, das geht mal gar nicht. Hallo, mein Freund, wie geht es dir? Weil du hast Kopfschmerzen. Ja, das Problem, das kenne ich. Da habe ich ein gutes Mittel für. Das ist von meiner Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroß-Oma. Würdest du vielleicht mal da eine Rübe? Danke. Trefferchance 0. Chinesisches Sturmgewehr. Was mal auf, ich schieße da ein rechtes Bein weg. Was ist jetzt los? Du bist tot. Was für ein Pferd? Wo ist denn das Arschloch? War wohl nichts. Nein, da war was. Ich habe es doch genau gesehen. Das ist häufig ein Elend. Das gibt es. Alter, Feier! Das wundert mich jetzt natürlich schon, ne? Um hat der Hoten eigentlich seine Waffe getragen. Seine imaginäre. Und lag dann plötzlich vor uns. Das ist komisch, ne? Ja, denke ich mir auch kurz. Also würde ich mal sagen, geh mal rein. Und da träuchte ich den Elend hier. Dann hatten wir mal nach. Die Mülltonne ist voll mit nichts, das wir gebrauchen könnten. Den Pfeil können wir euch da hinschieben, wo Frau Holle und Mutter Theresa nicht hinkommen. Die Mülltonne ist leer. Die hat schon alle leer gefressen. Drei Cola. Bleib offen. Oh, Mentat sind da drin. Bitte nicht drängeln, es kommt jeder ein Scheißer aus. Meine Fresse, Metix nicht hier. Ich habe gute Augen. Manchmal. Nicht immer, aber immer öfter. Oh. Dann war der erst gestreicht. Und der zweite folgt sogleich. Hallo, mein Freund, ich geht dir. Scheiße, wir sind mal am Bodenlichtern her. Aus jeder Pore blutet. Oh, nehme ich alles mit? Vielleicht soll ich da auch mal ein Nackt-Bag drüber ziehen. Nee. Das reicht bei Skyrim, wenn ich das habe. Drei Nuka Cola. Ah, Dieter und das nehme ich mit und das und jenes nehme ich mit und das könnt ihr liegen lassen. Das dreht sich fett. Bickelismus oder wie das immer heißen mag. Oh, Red X hier noch. Metix, Red X. Oh, ist der Unterschied. Hier haben wir alles durch. Das ist übrigens Brücheln aktuell. Wie hieß das doch gleich? Selbstverteidigung? Nee. Vorausskampf. Waffen los. Das glaube ich dir sogar. Ne, Hoden. Das glaube ich dir sogar. Ja, ist einfach so. Nee, oder? Oh, Mann ey. Es gibt wirklich Tage. Das Manager. So, sind wir wieder an der Stelle. Geh mal weiter. Haben den Herrn davon überzeugt, dass er uns vorbeilässt. Ja. Hier gibt es nichts. Hier gibt es auch nichts. Tore schließen. Oder Tür. Egal. Was gibt es auch vorne? Nichts. Ich sehe schon, wo das hinführt. Warum bin ich heute nicht daheim geblieben? Warum kann ich die Tonne eigentlich nicht auf Seiten schieben? Ich weiß ja nicht mal, was wir ausgewählt haben im, äh, auf der Map. Als... Keine Ahnung. Weiß es nicht. Aber davon ist, scheint es irgendwie weiterzugehen, ne? Die Herren wollen nicht hören. Die Herren müssen fühlen. Wer nicht hören will, muss fühlen. Das ist doch sicher, dass er das Arm in der Kirche. Nicht wahr? Äh, Stimpeg kann man hier liegen. Ich möchte eigentlich nur ungern schlafen. Vor allem, weil das Gedärm von der Alten gerade auf der Matratze liegt. Naja, ist ja auch egal. Ähm, wir schlafen mal drei Stunden. Sind wir nicht jetzt ausgerufen? Ja, ne? Ich denke schon. Drei Stunden reicht eigentlich. Ein bisschen, äh, Lückerchen machen. Nichts rotes? Nichts. Äh, Stadion, Museum. Hier, Museumsstadion. Soll das werden, wenn es fertig ist? Was gibt es hier zu lachen? Erzähl mal, ne? Mach die Fresse auf, wenn ich mit dir rät. Müsst ihr auch gern mitlachen? Nichts. Schade, ich hätte auch gern, äh, gelacht. Ich gehe jetzt zum Lachen in meinen Keller. Er hat auch nichts mehr zu lachen gehabt. Nachdem ich ihm hier die Rübe vom Alts geschossen habe. Elektrischer Leiter, Munitionskiste. Oh, 27 Schuss. Was willst du? Oh, du hast dann die Schrumpfhände vergessen, blöde Kuh. Wir sind gleich wieder überlastet. Ich werde gleich nochmal einen Kaugmin naschen. Ich werde dich um, äh, gelieb. Ich werde dich um, äh, gelieb. wo kommen wir denn hier raus museum station hier museum station museum auf hier blub 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 amy history und monument steckst du natürlich klar ich schweig da wollte ich jetzt zwar nicht unbedingt rauskommen es viele wege führen nach rom zeit zum töten ich weiß du flaume wir haben wir den ödländer auch nicht schlecht hat sich da jemand auf der toilette eingeschlossen komme raus feiges schwein oder schießt ihr in die bärne rein gut okay hier ist keiner mehr außer die toten kakerlacken ich habe es gewusst ich habe sie an ladies ladies and gentlemen klopf klopf ich bin ja die dame stimmt ja ich bin ja mädchen ich bin mädchen und automat was ist da ich ja ich sehe schon mentats das was sind das auch